daddy ist zurück mit einer neuen folge the bridge curse road to salvation ich wünsche euch viel spaß so wir sind jetzt im studenten wohnheim soll nach der kamera gucken und ich bin schon ganz gespannt wie gruselig das ganze noch wird ja wir hatten jetzt auch zum angucken witzesammlung als gerade gruselig sein soll war witze zum auftauen der schüler kursiert eine beliebte witzesammlung niemand weiß wer die bücher gedruckt hat und sie war verteilt aber es gibt ein motto weil die witz nicht gelesen hat ist kein tonko stent guten morgen gäster frau inhalt alle glauben dass der weibliche geister verfluchten brücke nur mit der nacht herauskommt auch ja min glaubt das deshalb benutzt er die brücke normalerweise als abkürzung zum unterricht eines trafiges traf er ein weibchen geister brücke er fragte das mädchen solltest du nicht nachts rauskommen das mädchen antwortete sie ist von der abendschule du bist von der tagesschule kontrollbuch über wohnheim hatte ich hier nachlesen können welches zimmer ich muss aber ich denke mal so viel auswahl werden wir jetzt auch nicht haben unheimlicher spargel saft ernsthaft damit es dir den ganzen sommer lang kalt den rücken unterläuft bis ich die sommerhitze und entspanne dich das ist ein geiles getränk ein berühmtes getränk dass es schon seit langer zeit gibt sein einzigartiger werbeslogan war damals ein kleiner hit man munkelt dass der geist auf dem bild diejenigen die das getränk trinken in kalten schweiß ausbrechen lässt und so die hitze von innen heraus besiegt warum steht da waschküche irgendwas stimmt doch hier nicht suche auf zeichnung welche partys hier wer ein spinnt ist aber ein bisschen versteckelt nach der unten will ich aber nicht du freiluftwäscherei von der decke tauft es ein bisschen das wirkt aber schon ein bisschen unheimlich hier Harry ich bin jetzt ganz oben oh wir können noch eins hoch ok da geht es wahrscheinlich aufs dach oder so du 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 hier sieht es doch schon friedlich aus ist hier irgendwo die kamera das sind wir selbst so es ist das ich bin so ich bin so ich bin so ich bin Das ist eine sehr, 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 sehr,ige Frau. Sie sagen, das ist meine Fehler? Ich bin nur für sie für sie. Haben wir. Was ist denn passiert, Kelly? Nein! 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 Ist das wirklich passiert? Oder ist dieses Handy ein bisschen begeistert? Oh. Wurden wir von einem Geist übernommen vielleicht? Oder eine bipolarische Störung oder sowas? Weiß er nicht. Wer ist Blondie? Blondie war das vielleicht, ja? Nur mit nicht mehr so blotten Haaren. Nicht mehr so hübschen Face. Verspricht, dass wir für immer beste Freunde bleiben werden. Ah, die ist wahrscheinlich gestorben, ja? Sagt schon, es passiert was beim Umdrehen. Was passiert doch was? Und ich glaube, das Mädel hat uns auch mit dem Finger hierüber gezeigt, am Ende der letzten Folge. Das ist ihre Ladebeil. Ach, jetzt sind wir der Typ, das heißt, wir wechseln immer wieder die Charaktere. Die Zeit wird schon, jetzt ist es schon geschafft. Die Zeit ist noch nicht mehr zufrieden, wie Sie noch mal wieder die Charaktere sind? Wo ist Choppeti Choppeti Choppeti? Zum Höhler, Höhlinger. Wenn er das macht, jucken wir selbst schon die arme Kelle. Ein Gespräch führen. Ich dachte, jemand müsste mir auf die Schulter klopfen. Und warum sitzt er hier in der Mitte? Ja, führen wir hier ein Gespräch. Oder ist sie zu spät gekommen jetzt? Das ist gar nicht die Vergangenheit. Okay, Entschuldigung. Was ist denn? Herr, ich werde Angst haben. Ich werde Angst haben. Herr, warum hast du Angst? Ich werde Angst haben. Ich werde Angst haben. Ich werde Angst haben. Du bist nicht so großartig? Ich werde Angst haben. Herr, ich verstehe. Herr, ich verstehe. Ich werde Angst haben. Ich werde einen Schweren zu schützen. Geht's gut. Rumänni Penny? So, was soll ich jetzt machen? Ah, ja. Schwärzen. Äh, äh. Feihwaa, ich kann ja知道, bohoa. Hm? Budea. Ja, ja. Wie hat er sich plötzlich verändert? Ich habe keine Angst, dass ich gerade mit dem Lehrer gesprochen habe. Ich habe mit dem Lehrer gesprochen, dann habe ich mich plötzlich getötet. Wenn ich einen Rettungsprozess, dann kann ich den Rettungsprozess nicht verraten. Ja? Ich bin so smart. Aber das Lehrer ist ja wirklich so. Ich kann mich nicht sagen, dass ich mich nicht sagen kann. Ich habe mich nicht gesagt, dass ich mich nicht sagen kann. Ich habe mich nicht gesagt, dass ich mich nicht sagen kann. Ich sage es wirklich, dass ich nicht so gut bin. Du kannst mich mal sagen. Hallo, Schüttelmein. Ja, das ist gut. Ja, der Geist steht natürlich hinter ihm, ne? Also, wenn man denkt, dass sie jetzt besessen ist oder so. Sie kommt ja ziemlich gut gelaunt mit ihrem Handy hier an, dafür, dass sie gerade, ja, ein dramatisches Erlebnis hatte. Gesehen hat, wie sie selbst angebracht hat, ob das Bild sich verändert hat. Ja, die müssen wir beobachten. Ich dachte mir, das Talisman würde ich unverzuglich abreisen. Hm, ah, okay. Ich konnte da jetzt... Hm. Oh man, ich bin mir auch. 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 Hm. Ich weiß nicht, ob wir weglaufen können. Wir werden ja sehen. Lauf! Yes! Ah, wir müssen wohl jeden Charakter mal einmal spielen, ne? Es sind jetzt zwei Fotos statt. Nur eine, jetzt nicht insgesamt sechs. Ja, das ist doch echt. Das ist doch nicht so. 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 Was wollen wir jetzt? Lauf jetzt auf Städten in Wechsel hoch, um die Situation zu bestätigen. Okidoki. Aber die haben es alles so grün. Wegen seinem Talisman, hm? Ich weiß ja nicht. Aber grün ist geil. Wenn mal zum Wohnheim? Nee, Werksbüro. Das müsste ja wieder das, äh... Büro sein, wo wir die... ...Dinge aufgeklebt haben, ne? Irgendwie ist mit dir sehr suspekt Warum ist nur sie hier mit mir Mal schauen, ob die anderen hier sind Hello Natürlich sind keine Sollten das Licht einschalten Ja, guter Plan Er macht dich gefasst auf einen Jumpscare Ja, wer sollte der Geist gewesen sein, wenn alle anwesend waren Ja, genau Ja, es ist ein bisschen Aber es ist nicht so schön Ich glaube, das ist nicht so schön Ich denke, wir sind auch anwesend. Also müssen wir auf dem Weg gehen Oh, das ist sicher Ja, das ist eigentlich so cool Wenn wir anwesend Dann können wir sie mit uns zusammen Das ist ein bisschen Was? Was ist das? diving anwesend Um die anderen zu erschrecken. Okay. Na schauen wir mal. Ich weiß nicht, Kisten? Nein? Irgendein Aufkleber? Geheimnisbild des Exorzismus. Okay. Irgendwie ist die merkwürdig. Geheimnisbild des Exorzismus. . die formation ausbreitung des bösen ja da muss ich das ganze zeug es mal besorgen und dann rumrätseln wo das hingehört aber ich kann kein mandarin also mal schauen so wo ist das zeug so ultra wirksamer talisman ging schnell zum austreiben des bösen nach dem kauf des sets das geheimnis des exorzismus der verkaufe auto es kostet für ein ich gebe dir ein rabatt für eins geld zurück wenn es nicht funktioniert natürlich für das stein geheimes amulett das sieht das sieht ja äh ja sehr originell aus was schon sagen so haben wir alle teile schauen wir mal machen wir mal den joss in die mitte daran haben wir hier wahrscheinlich die kerzen so dann aber fehlt uns aber noch ein glöckchen müssen doch gucken welches talisman wohin gehört so auch die glocke finden so ist es vielleicht ah hier cool das war der typ Okay. Ah. 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 Und Boro Mengen ist die mit dem Doppel, oder? So, wir sind scheinbar dieser mutige Typ, der natürlich nicht glaubt, dass hier irgendwas schief geht. Ah, da vorne ist sie doch, oder? Was haben wir hier? Taschenlampe. Ah, die würde ich mal mitnehmen. Ah, egal. Oder sie das vielleicht gar nicht. Ah, das war's. Ah, das war's. Ah, das war's. Ja? Ja, man kann ja lachen, während man jemanden aufmuntert. Jawohl. Boahs. Zum Schlafsaal? Na, ob wir hier so durchkommen, ohne dass hier was passiert? Es gibt wichtige Dinge zu tun. Das heißt, hier ist nicht der Schlafsaal. Okay. Na, hier oben waren wir aber noch nicht, ne? Oh. Bleiben wir mal hier. Hier ist schön, romantisch. Gell? Ah, hier wird es schon wieder ein bisschen dunkler. Jetzt laufen wir hier einmal im Bogen. Okay. Ah, da ist ein Schild. Leergebäude. Ja, das ist einfach der andere Tunnel, oder? Wenn man da oder da reingeht. Ja, so Brücke wird das hier bezeichnet. Ist das ein Tunnel? Verfluchter Ton. Oder die Brücke. Oh. Okay. Das habe ich jetzt gerade verpasst, wie schnell er weggerannt ist, weil ich, äh, ja, mich ungerollt hatte. Okay. Wir müssen ja zum Schlafsaal. Schlafsaal? So. Leergebäude. Schulsicherheit. Panorama-Brücke, ja, das war das. Das ist die Brücke, ja. Hm. Gehen wir jetzt hier lang oder hinten lang? Ich weiß ja nicht, was der Schlafsaal sein soll. Oh, da. Da habe ich doch gerade irgendwas gesehen. Irgendeine Person, die hier rein ist. Hat sich hier durchgeglitscht. Hm? So, ich habe hier. Hä? Wie ist das so? Ja, ich habe hier. Ich habe hier, ich habe hier. Ich habe hier, ich habe hier. Hier, ich habe hier, ich habe hier. Uh, uh, uh. Antragsformular für die Dokumente des Schulsicherheitsraums, Werkzeuge und Ausrüstungsinstände, die für den täglichen Schulsicherheitsbetrieb benötigt werden, einschließlich der Komponenten für die Reparatur des Briefkastens des Wohnheims. Werden nach der Beantragung alle im Schulsicherheitsraum aufbewahrt. Wir brauchen erstmal eine Sicherung, wa? Schulsicherheitszimmer. Gut, wie kommen wir zum... Ja, dann müssen wir nach da wieder, schätze ich. Zum Schulsicherheitszimmer müssen. Warum es geht für mich zu spielen? Hm, See, Schulsicherheit. Ja, Sieht auch ganz gut aus. Ah, hier kamen wir wohl nicht mehr raus. Gut, kommt auch gut voran. So dunkel hier. Sicherheits-Notizbuch. Damals, als es noch keinen Computer gab, war dies eines der wichtigsten Mittel, um Aufzeichnungen zu führen und Dienzen zu machen. Achtung, in der Nähe der Unfallstelle sind Straßenlaternen installiert worden. Wissen wir unseren Patrouillen mehr Sorgfalt walten lassen und dürfen nicht faul sein? Der taoistische Meister sagte, dass die Taismänner auf der Brücke nicht entfernt werden sollten. Denkt daran, zu überprüfen, ob die Taismänner noch an ihrem Platz sind. Wenn sich Schüler in der Nähe aufhalten oder Medien, die unbefugt einringen, vertreibt sie. Der Weibliche Geist ist sehr verärgert. Wenn der Talisman abfällt oder wenn es ein Tag ist, an dem das Yin-Kui am höchsten ist und wir keine tosischen Meister finden können, wer sich um die Dinge kümmert, hat der Meister ein magisches Schwert hinterlassen, das uns helfen soll. Ich werde euch beim nächsten Training sagen, wo sich das Schwert befindet und wie man das benutzt. Vergiss das nicht. Diese Nachricht darf man nicht durchsickern. Magisches Schwert. Cool. Werkzeugkasten. Antragbarer Werkzeugkasten. Kann ich den nicht öffnen? Du fühlst dich einfach kruchsartig, wenn du sie trägst. Ah, sehr schön. So. Das Radio macht die Rausche hier. Gemailt. Komponenten auf der Teilerkasten. Sehr schön. Haben wir jetzt alles? Das Radio würde ich sowas von ausmachen. Warum haben wir hier keinen Lichtschalter? Hier einfach benutzen, ne? Warum müssen wir hier wie Wahnsinnige durchlaufen? Ja, die Kacke in meiner Hose. Das war mein Essen. Hey. Gute 5 Minuten, Tarina. Kelle. Ich glaube, wir haben alles, oder? Wir brauchen ja eigentlich nur die Sicherung. Hat eine gefehlt? Oder war es eine? Muss das eine größere sein? Braucht vielleicht zwei? Hat keinen Zweck. Müssen gucken. Mal nachsehen. Da wissen wir mehr. Ja. 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 Ah, was haben wir denn hier? Ah. Hm. Hm, grüne Kabel, gelbe Kabel, rote Kabel. Gelbe Kabel. Oder muss ich nur den gelben Kabel machen? Weiß nicht. Schauen wir mal, was passiert. Willst du nur den gelben Kabel verbinden erst mal? Okay, jetzt kommt der rote dran. Rot zu rot. So, jetzt kommt der grüne. So, yay. Bring doch Ratzel, Fatzel, lass mich hier rein. Ich will spielen. Suche nach Partner. Und die Suche und die... Ah, habt ihr das gesehen? Kinder sind die Besten. Ui, aber ich denke mal, das sehen wir uns am nächsten Part an. Ah, letztes Mal sind wir doch von hier reingekommen, oder? Ist das nicht dasselbe Gebäude? Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall. Das sieht auf jeden Fall ja selber aus. In dem Fall, es ist wieder Zeit, hier Schluss zu machen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, mir macht das hier ziemlich viel Spaß. Es ist interessant, was Neues, Spannendes. Ja, was heißt neu? Aber mal schauen, wo es hinführt. Mal schauen, wie die anderen Charakterkläger sich noch verhalten werden. Und wie wir uns hier noch erschrecken werden. Oder bösen Sachen, nicht nur Gleichkeiten. Bis dahin. Ciao, ciao.